Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Anirolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir den Falkenkamm hier betreten und wurden herzlich von dem Falke Winn hangen. Falkenkamm, wat? Doch, er würde ja Falkenkamm stehen, oder? Wat? Egal. Wir wurden hier herzlich von einem Typen namens Savate begrüßt, bekämpft und ja... Was? Zeugs ist passiert. Der hat den Typen hier getötet, genau. Und jetzt? Haha. Wie verantwortlich hat Fichtball Level 72? Wie verantwortlich hat Fichtball Level 72? Ja, Mikurio. Da ist bloss... so ich möchte vielleicht sorry steuer nicht nicht mit leo wir sagen nämlich gefährlich wir gehen die tränke des lebens übrigens aus ich brauche ein paar hat hier ein lustig erwarten ich habe eine neue kampffähigkeit bekommen habe ich noch nicht nach mit leo heilig mali war ich kann es mir nicht leisten ja noch mehr tränke zu probleme strategie ja noch mal 50 prozent mir ein bisschen zu wenig hat die kämpfe so erweilen erlaubt haben verdammt und sie ist noch level 12 watt weil sie nicht am kampf teilnimmt oder war war mir viel abheben ich gerade unter nebenpartner wechsel nutze l2 und meine figur die nicht gesteuert figur ist in einem partner so abzuändern hier kann da man bekommt echt durchs level ab hier die dinge aber das macht auch keinen sinn weiß man wenn ich dann auf level 5 habe dann werden ja und es ist ja nicht so als würden würde ich unendlich level haben irgendwann weiß ich nicht kommt da an der grenze versteht ihr was ich meine und die typen Was haben wir eigentlich für Probleme? Bei jedem muss ich überweisen, dass ich der Hirte bin, ey. Niemand glaubt mir, dass ich der Hirte bin. Ich tut einfach eine Explosion in seinen Kopf hier reinschmeißen. Oh, okay. Ja, ich weiß nicht. Das ist nicht einfach. Das ist genau. Ich habe heute nicht mehr, aber es ist noch nicht mehr. tja selber schuld hallo was war das für ein geräusch kommen effekte seraphische art zu kommen muss haben unabhängig von der aktion verkürzte werkzeit 2 3 war ja das weiß ich aber bei einer komo wie xx4 und kreis wirst du es kaputt ins kriegsarzt in den fernspartei schritt nach hinten und eine für kurze wird halt gut hier strategie Geht weg von Laila. Die muss heilen. Oh mein Gott. Letztes Mal richtig beobachtet habe, dann müsste ich die blauen AP, also den blauen Balken, zurückbekommen am Ende des Kampfs. Ach, das ist so, ich weiß nicht. aufstieg haben sie ja nicht einen titel irgendwie verbessert habe ich das gefühl okay wir mal wieder ab hier bekommen ich muss er kämpfen habe ich das gefühl um level ups zu bekommen und die falle ab hier bekommen mich den level aufstieg wenig ich abziehen wenn er nicht gut hatte ich ja nur zwei charaktere neue attacken um die eingesetzt kommt immer hier hin auf mich zu ignorieren ich dachte ab ja haltung zu verhindern hat sie abwehren können entscheidend nicht war noch mehr gegner mann ich kann ja nicht ignorieren es ist ja sogar drei gegner so ich soll ich ziehe aber auch wenig ab kann man nicht leisten so viel tränke zwei ballern nein oh mein gott ich kann dir gleich weichen gibt es doch nicht man hat sich jetzt schon wieder von ap schwer ja Geht's? Geht's? Ich weiß nicht, was ich? Ich bin sicher, dass ich mich interessiert habe. Aber ich denke, dass ich mich nicht so interessieren kann. Ich kann mich nicht so interessieren. Ich kann mich nicht so interessieren. Ich kann mich nicht so interessieren. Oh, Slay-San. Ich habe mich ein bisschen verstanden. Entschuldigung, Slay-San. Ich kann mich nicht sagen. Ich kann mich nicht sagen. Das ist's für mich. Ja. Ich kann mich nicht sagen. Das wirst du irgendwie missbrauchen. Das scheint mich nicht zufrieden. Ich bin mir sicher. Das kannst du dir sehen. Ich frage mich nicht. Ich will mich nicht erwartet auf dem Schaden. Ich glaube nicht, dass wir so viel Glück haben. Das ist nicht normal. Wir haben einen Drago. Aber wenn wir wirklich einen Drago haben, dann können wir uns nicht mehr übernehmen. Aber wir müssen noch ein paar A.P. los dann kann ich irgendwie nicht gebraucht habe immerhin sind immer da glaube ich oder ja okay jetzt sehe ich auch was das ist ja wo bist du ich mache ich auch platt leila auf der fresse den angefordert einsetzen ich ziehe aber auch so wenig ab ich werde auf jeden fall trainieren da kannst du nicht weitergehen die kämpfe dauern viel zu lange öffentlich nein mal so Und spamm ich eben ein bisschen, weil das so besser geht. Sie wird voll geheilt, was? Hey, hiergeblieben! Was ist das? Was ist das? Gaira, hat eine lustige Tension gehalten, oder? Was? Danke schön. Die Kümel-Kümel ist ein wenig zuvor. Wie ist das? Ja, ich bin Ihnen im Jahr zu arbeiten. Ich habe mich sehr gefühlt, aber... Ich habe jetzt auch einen Gretauch von Armajiru. Ich weiß nicht was ich, aber ich weiß, was ich nicht! Ich weiß, was ich. Arma Zaburó und ich mache das Armajiru. Sie sind als Nummer-mal-mal-Jerik. Ich weiß nicht was ich, aber ich weiß, was ich nicht weiß! Arma Dillan? also jetzt verstehe ich es oh gott was stimmt mit der frau nicht warte mal hier kann ich doch schon irgendwas machen oder meint dass ich kann so eine brücke bauen ich muss mal hin dann gehen wir da ich spame halt eben den angriff bringt auf jeden fall hier wenn es die combo irgendwie bringt dann mache ich das neue kampfaktion sehr gut ja belebung amortisiert wenn du tödlichen schaden erleitst kannst du ein einziges mal automatisch amortisieren der seraph geht allerdings co what nicht schlecht kostet aber verdammt viel da ist mono lead nicht so auf den anzunehmen auf jeden fall die angriffsserie spam wenn es nicht anders geht oh mein gott alter sehr gut mit leo ich kann mal eiskalt den einen fertig den augen schilder war gegen marti anfälliger arzt der arzt anfällig gegen arzt ist klar was für arzt es gibt versteckte verborgene süß saure was weiß ich weiß aber gar nicht hier was da alles für ein unterschied ist sehr gut sehr viel mehr zu sehr auf ihnen bereits schafft mich dem kampf stellen langsam kapitel er ja sie können sich auch von einem k.o.a. holen obwohl es ganz weile dauert ein sehr viel mehr ist es also nicht mal eine rettungsaktion ok sehr nützlich ich verstehe schon deswegen waren die immer folge alt am ende des kampfes wenn ich die ausgewickelt haben sehr gut leider der rote balken ist irgendwie nicht so genau finde ich manchmal ist der balken noch voll groß und die haben nur 5 kp oder so der rote balken ist ja gut mein gott geht dann auch nicht los wenn ein boss kommt dann bin ich immer von tot war ein stylischer angriff ich muss sogar so darüber hier stimmt dabei um felsen im weg der mysteriöse seraph das war ja und kam sowieso nicht vorbei das ist mein weiter ach ich habe ich weiß ich weiß es ich weiß Oh Gott. Doch. Ah, wie stark kann der schon sein? Dann bin ich fertig. Die läuft aber auch ganz schön geschillt. Dann lass mich gefällig süchten. 104! Tschüss! Verfolgungsjagd. Ich glaube nicht, ne? Wiemalsich. 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 Was? Was? Fertiglich, du denkst. Du bist von DRAGON BUSTER der Was? 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 Was... WELCOMEZIEK. Du haste einmal DRAGON gekauft! Du bist so schön, dass du dich schon machst. Du bist so ähnlich aus. Du bist so ein Fragestorber. Du hast auch michkelle. Das ist zu sehen, dass du dich. Du bist so... Du bist total eine DRAGON-Ginne. Ich bin mal. Eiskalt. 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 Okay. Eiskalt. 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 Und sie kann leider nicht irgendwie Sachen... ...dann werde ich auf Squid machen. Okay, hey! Mein neuer Lieblingscharakter, würde ich sagen. Hey, Mizuno Boya. Was ist der Name? Ich bin Mikulio. Ich bin nicht Mikulio. Ich bin nicht der Name. Mikulio Boya. Ich liebe ihn. Dann, Mingo. Ich bin Mikulio. Das ist gut. Hm. Das ist nicht so. Entschuldigung. Entschuldigung. Was? Sehr schön. Ja, die gefällt mir. Ich hab mir schon irgendwie gedacht. Oh, dann würde ich sagen. Ich beende die Party. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of the Serial. Mann, ist der Part lang. Ich bedanke mich allherzig für die Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.